Wie gesagt, das Wort Greek Statistics gehört auf der Vergangenheit an, das möchte ich betonen. Unsere Region hat hier alles von Anfang an Mögliche getan und Notwendige getan, um hier solche Dinge nicht wieder passieren zu lassen. Ich würde aber gerne Folgendes sagen, die Haushaltskonsolidierung ist natürlich sehr, sehr wichtig für alle Mitgliedstaaten. Und Koordination ist hier notwendig, Kooperation ist notwendig, aber für uns ist es wichtig, dass hier die Europäische Union bald, sobald wie möglich, eine überzeugende Botschaft auch an die internationalen Finanzmärkte schickt, dass hier der Euro wirklich geschützt und gestützt wird, überzeugend von allen Mitgliedstaaten. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und wenn wir hier auch sprechen von Haushaltskonsolidierungen, das ist notwendig, ja und vor allem das Beispiel Griechenlands. Wir haben hier bereits sehr, sehr wichtige Schritte dafür getan. Für uns ist es aber wichtig auch zu betonen, dass wenn wir von Wettbewerbsfähigkeit sprechen, und das ist der Knackpunkt auch in den deutsch-französischen Vorschlägen, und hier möchte ich vollkommen zustimmen, dass, wie wir an Wettbewerbsfähigkeit gesagt haben und auch Josef Bröll, Alleingänge sind nicht richtig in der Europäischen Union. Es gibt eine Kommission, es gibt auch ein Europäisches Parlament, es gibt 27 Mitgliedstaaten, die hier alle ebenbürtig hier an diesem Prozess partizipieren müssen. Vorschläge sind gut, allein vorbrechen ist weniger gut, das möchte ich auch betonen. Jedenfalls, was die Wettbewerbsfähigkeit anbelangt, hier dürfen wir uns nicht nur darauf konzentrieren zu sagen, bereits angesprochen von Josef Bröll, Lohnkosten, hier diese müssen eventuell verringert werden, damit wir wettbewerbsfähig sind in internationalen Märkten. Ich glaube nicht, dass der Knackpunkt nur die Lohnkosten sind. Um wettbewerbsfähig zu sein, muss hier auch innerhalb der Europäischen Union mehr investiert werden, selbst in Zeiten der Krise, mehr investiert werden, auch in Bereiche, wie es die Ausbildung ist. Nur so können wir wirklich als Europäische Union gegenüber anderen Kompetitoren, wie es Brasilien jetzt wird, China, Indien, um hier wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir wirklich hier auf Qualität und Ausbildung absetzen. Und das dürfen wir nicht vergessen, das geht mir persönlich ein bisschen ab in der ganzen Diskussion, die im Moment geführt wird, in den Vorbereitungen zum Europäischen Rat auf 24. und 25. März, wo wir hier die Ergebnisse alle erwarten, dass hier über diesen Bereich zu wenig gesprochen wird, dass wir Wettbewerbsfähigkeit nicht nur durch Verringerung von Lohnkosten durch Budget und Haushaltskonsolidierung durchführen können, sondern dass wir hier auch investieren müssen. Einen letzten Punkt, wenn Sie mir das noch erlauben, es ist diese Krise und auch dieser Versuch der Europäischen Union hier in eine nächste Phase zu gelangen, was auch die Wirtschaftspolitik anbelangt und vielleicht auch eine Wirtschaftsregierung, eine Economic Governance, wie wir sie nennen. Das heißt, Sie sind für eine Wirtschaftsregierung? Wir sind für eine Wirtschaftsregierung. Natürlich muss dies schrittweise getan werden. Aber wir sehen dies auch als eine sehr große Chance für Europa, auch für den europäischen Bürger an, wo wir auch hier mehr soziale Gerechtigkeit halten lassen müssen. Bevor Herr Slauer und dann Herr Bräulach drankommen, noch kurz die Nachfrage. Sie haben jetzt gesagt, die EU muss bald ein Signal an die internationalen Finanzmärkte schicken. Also die EU hat jetzt viele Signale geschickt. Was verstehen Sie da unter Wasser? Was erwarten Sie? Es scheint, dass diese Signale, diese Botschaften geschickt wurden, noch nicht so überzeugend waren, dass die internationalen Finanzmärkte auch hier wirklich vollkommen beruhigt werden. Wir sehen ja nach wie vor, dass es hier Turbulenzen gibt. Für einige EU-Mittelstaaten nochmals, wenn es hier einem EU-Mittelstaat nicht so besonders gut geht, wenn es hier eine Krise zu überwältigen gilt, gilt dies auch für den Euro. Und hier ist es unserer Meinung und auch meiner Auffassung nach, hat die Europäische Union, ist es ihr Gesetze noch nicht gelungen, den wirklich überzeugenden Schritt zu setzen, die wirklich überzeugende Botschaft zu senden. Und das erwarten wir spätestens beim Europäischen Rat am 24. und 25. März. Mit diesem ständigen Stabilitätsmechanismus, der hier geschaffen werden soll. Herr Slauer, warum ist das nicht gelungen? Sie als Ökonom können das vielleicht erklären. Ich glaube, die Situation.